Auch die Schweiz kann sich in diesem Jahr Hoffnungen machen. Nominiert für den Oscar in Sound Design ist Dom Salzmann. Er ist einer der wenigen Schweizer, die es in Hollywood geschafft haben. Wir haben ihn in seinem Studio in Santa Monica besucht. Herr Salzmann, Sie sind Geräuschemacher. Richtig, das nennt man so. Ich mache Geräusche, da in diesem Studio produziere ich dir. Also ich um ein Mikrofon. Und damit vertonen Sie bestimmt Regen, stimmt? Nein, das ist das Katzenkischchen von meinem Studiokater, Mama Dios. Aha, und das sind da bestimmte Hilfsmittel, um die Geräusche zu machen, oder? Nein, das ist mein Zmorgens. Ich brauche keine externe Hilfsmittel für meine Geräusche. Das mache ich alles mit meinem Körper und, wie gesagt, mit dem Mikrofon. Okay, also können Sie das kurz demonstrieren? Sehr gerne. Was war jetzt das? Das war ein Gummistiefel, der durch eine sumpfige Landschaft durchstapft. In unzähligen Thriller habe ich das Geräusch gebraucht. Der ist immer sehr gut angekommen. Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Noch ein Geräusch? Ja, sehr gerne. Ja. Achtung. Noch kein Gummistiefel? Nein. Das ist aus Sündige Nächte, 1 bis 3, Sündige Nächte sind das so stürmische Filmkösse. Mhm. Noch etwas Einfaches? Ja. Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Geräusche klingen für mich alle irgendwie ähnlich. Ah, für ein ungeschultes Ohr mag das vielleicht so tönen. Aber glauben Sie mir, in einer Kinoatmosphäre macht das natürlich etwas her mit Bild. Wollen wir mal eine fertig vertonte Szene anschauen? Ja. Also, bitte. Schauen wir uns noch einen anderen Ausschnitt an. Auch hier habe ich alles vertont, nur ich und mein Mikrofon. Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind Ihre weiteren Projekte? Also, nachdem ich ja in der Geräuschmacherei schon so ziemlich alles erreicht habe in den letzten Jahren, möchte ich mich ganz jetzt der Musik heigen. Ah, Sie machen auch die Musik? Richtig, ja. Wollen wir mal ein Lied hören? Puh. Ja, das ist sie. Unsere Hoffnung für den Oscar. Wir wünschen Tom Salzmann alles Gute und schalten zurück nach Zürich. Wollen wir mal ein Liedus an? Untertitelung des ZDF, 2020